Infinite Armor Ja, genau das habe ich erwartet Wisst ihr was das lustige ist? Ich spiele Gore Haul jetzt einfach mal nicht aus Was? Ja, einfach damit, falls er irgendwas so mit Waffenzerstörung kriegen könnte Das mich ausspülen kann Okay Und dann denkt er sich so, hm Jetzt kann er mich doch gar nicht mehr schlagen Oh, 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 oh Oh, Maximum BM Oh Oh Leute, Maximum BM Pass auf Er weiß nicht, welche beiden Karten ich habe Mit Shield Slam Kann ich seinen Unstable Ghoul zerstören Mit Gore Haul töte ich ihn Er macht viel Schaden pro Runde, oh Ländert das was? Nein, er kann höchstens 7 Leben haben Nein, das ändert nichts Ich muss aber zählen, ob er nicht zu viel Schaden machen kann Äh, 12, 16 Ähm Plus 6 Ne, ne Genug BM Shit Ich habe vergessen, dass ich keine Rüstung anhabe Hä? 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 Hm? Schöne? Schöne? Es ist nicht verpasst der Liefel, wenn man Maximum BM hat Ich habe wirklich vergessen, dass ich keine Rüstung mehr hatte. Ich hatte so viel davon, dass ich das einfach ignoriert habe. Nein, ich habe trotzdem gewonnen. Wenn ich nächste Runde weitergebe, kriegt er einen Schadenspunkt. Ladies and Gentlemen, und deswegen sollte man sehr vorsichtig sein, wie man ein WM spielt.